Und da sind wir wieder mit unserer Ruka zurück im, schätze ich mal, letzten Kapitel. Es heißt zumindestens Mondfinsternis und ich fände es trotzdem krass, weil damit habe ich die ganze Zeit nicht gerechnet. Wir sind ja am Anfang als er aufgestanden, aber ich glaube, man hat das nicht gesehen. Ich habe das auf jeden Fall null auf dem Schirm gehabt, dass wir eigentlich die ganze Zeit ein Geist waren und hätten eigentlich nichts weiter ausrichten können. Deswegen, er ist halt auch keine großartige Hilfe mehr. Hier ist auf jeden Fall noch irgendwas. Mal schauen, was das Ende bringt. Yay! Aber davon konnten wir uns ja eh einige kaufen. Wir sind eigentlich viel mit ihr aufgestellt. Items müssen wir eigentlich viel haben. Ich habe hier... Ah ne, ich wollte gerade sagen, ich habe hier noch eine Linse, die ich einbauen kann. Ne, kann ich nicht. Äh, wir haben noch Zero-Filme. Ich hoffe, ich merke dann... Also ich schätze mal, wir müssen ja dann gegen Haibara direkt oder gegen seine Schwester. Oder gegen beide, keine Ahnung. Da habe ich aber nur vier, da muss ich halt gucken, dass ich wirklich... Zwölfe und 15 kann ich nicht so viel mit anfangen. Hier könnte ich noch, aber ich glaube, das würde ich dann im Endkampf... Die habe ich ja eh nicht in Benutzung. Also ist das relativ egal. Vielleicht finden wir ja noch ein bisschen was Schönes, ähm, wo wir da noch ein bisschen was aufwerten können. Ich meine, von blauen Kristallen bräuchten wir halt echt fucking viel. Aber wenn ich da gerade da oben sehe, ich weiß nicht genau. Äh, was für ein... Was für ein Filmtyp habe ich drin? Ein Typ 1 und... Ja, ne, 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 den hebe ich mir mal schön auf. Nein, nicht Items, doch. Obwohl, wir haben Medizin, wir haben Secret Water, davon werden wir uns auch noch ein bisschen was kaufen. Ähm. Ich will bloß mal... Äh, nein, warte. Ich will das mal ausprobieren Okay, das Mittelding Darf ich nicht nutzen So, sie sind alle raus Ich bin ja bescheuert Das ist ja trotzdem immer noch Anstatt unseren Warte Ne, 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 ne War doch richtig Ich durfte ja bei denen auch kein Damage machen Ich musste ja immer die Dinnisse rausnehmen So war es gewesen Ich weiß halt nicht, ob das bei denen was bringt, aber das sind ja Vier auf einmal Okay Nun soll ich jetzt dabei bleiben Ich darf aber nicht vergessen, dann die Linsen gleich wieder einzusetzen Was ich aber vielleicht mal Speicherding haben wir hier nicht, ne Ah, shit Okay, wenn wir zu einem anderen Speicherding kommen Auf jeden Fall Wir haben so viele Punkte Ich werde einiges an Secret Water und hast du nicht gesehen Erstmal Ähm Rausballern Ich hoffe, wir kriegen noch eine Möglichkeit vorher zu speichern Ach, okay Hier sind wir Theoretisch müsste ich erstmal wieder rausgehen Und auf Pass auf, das mache ich auch gleich mal Ich kriege sonst nämlich das Gefühl nicht los, dass wir irgendwas übersehen haben Auf der anderen Seite Kann auch sein, dass die Tür da einfach nur zu ist Oder dass wir da gar nicht mehr hinkommen Das müsste aber am Ende Also hier glaube ich nach links am Ende vom Gang sein Okay, soviel dazu Ich komme nicht mehr raus Dann hat sich das leider, leider erledigt Falls ich da wirklich was übersehen habe Vielleicht noch ein paar Schriftstücke oder so Wäre halt ein bisschen doof Wollt ihr eh alles mitnehmen Ich glaube den größten Teil habe ich zwar Aber, naja Wenn halt was fehlt, ist immer ein bisschen doof Gerade wenn es vielleicht auch geschichtlich relevant ist Obwohl wir ja eigentlich wissen, worum es geht Das Ding ist nur Wie sollen wir an die zweite Hälfte der Maske kommen Wenn wir die mit ihm eigentlich im Tod nur Oder er gibt sie uns einfach Also das Gute war Das habe ich zumindest schon mal gesehen Also es ist gut, dass ich die Linse nicht gleich gewechselt habe Sondern, dass wir hier noch ein paar Püppchen sammeln können Nur Hier ist noch irgendwas Blaues, was ich aber nicht sehe Ach da Wo? 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 Amen. Okay, das ist jetzt hierbei so eher gelesen, als ob er der einzigste oder der erste war, der dann mit seiner Art eine Maske zu machen, die eigentliche Tradition gebrochen hat und damit das Unglück ausgelöst hat. Okay, gut, ich sehe da zwar nichts, aber gut, hier mussten wir auch gar nicht hin unbedingt, aber trotzdem für die Folklore alles Wichtige, alles Wichtig. Ja, raus da. Ja, toll, durch die Wand wieder. Opa, du kannst doch nicht durch die Wand latschen, Mensch. Okay, wir müssen da hin, aber kommen wir überhaupt raus? Ist, glaube ich, Weg raus im Garten oder irgendwie sowas? Okay, es geht. Ich weiß, ich sollte ihm folgen und ich muss dann auch nochmal zurück, wir haben jetzt mal so ein Speicherörtchen, wo wir uns nochmal ein bisschen ausstatten können. Mache ich eigentlich auch gleich mal, ne? So, Shop. Der gute Shop. Ja, Secret Water ist halt übelst... Ich glaube, maximal 20 konnte ich kaufen, ne? Ich konnte sogar mehr kaufen. Ich werde aber trotzdem... Okay. Wow, ich kann Filmtyp 90 kaufen? Das ging aber vorher nicht, oder? Ja, wenn das so ist... Aber das ging hier bloß bis 99, ne? Wenn ich noch was finde, ist halt doof, aber... Wir werden bestimmt noch was finden. Ich mache mal auf 95. Das sollte eigentlich... Eigentlich sollte das reichen. Ein paar Punkte lasse ich mir, wie immer, vorsichtshalber. Aber... Es sollte, glaube ich, reichen. Ich glaube, wir haben da genug von. Ich bin ja eh sparsam. 61er-Film haben wir halt auch noch ordentlich. Ist das da eine Maske? Wo ist denn jetzt das Telefon hier? Warte, warte, bevor ich da rangehe. Hallo? Ja, ziehen. Bringt mir jetzt nicht so viel. Ein bisschen was gespart. Und der Top of the... Ja, da ist aber noch was drin, Mädchen. Oh. Warte, ich habe es gleich so. Ich gehe gleich ins Telefon, keine Sorge. Aber ich habe halt die... Wir fürchten, dass irgendwas passiert ist. Deswegen wollte ich mich so erstmal ein bisschen umgucken. Ja, 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 ja. Was... Wer will was? Was los? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Das ist sehr schön, glaube ich, hoffe ich, weiß ich nicht. Ich mach mal vor, ich selber. So, weil wir haben halt so schön, so schön viel ausgegeben. Ähm, warte, so. Ja, no. Ich hoffe, die Batterien reichen. Ich musste die nämlich vor der Aufnahme nochmal wechseln, wo ich dachte, ach du Scheiße. Und ich hab halt die Art von Batterien irgendwie nicht mehr im Haus, zumindest keine geladenen, also keine vollen. Und ich darf auf jeden Fall nicht vergessen, die aus dem Ding wieder rauszunehmen, weil sonst hab ich das Problem wie am Anfang, äh, wo ich das aufnehmen wollte, dass da leider die Batterie rausgelaufen ist. Na, das ist scheiße. Okay, wir haben nochmal 30, 30 Kristalle. Wir haben mal 52, wir können nochmal auf Speed gehen, was nicht schlecht wäre. Ich würde halt gerne, ich, ich warte erstmal ab, ansonsten, ob wir vielleicht noch 70 kriegen, damit wir nochmal richtig Power oben drauflegen können. Ich meine, er ist hier lang, oder ist das hier eine Tür? It seems to be seen to be a strong force. Talisman asked to the side door, ja. Ah, okay. Hm, war das jetzt hier gewesen? Weil ich hab mir die, die Maske an der Tür nicht so wirklich angeguckt, aber ich, ich möchte fast sagen, war das die einzigste Maske, oder? Wo in unserem Startraum. Ich würde jetzt bloß nochmal hier gucken. Ja. Also, den Talisman entfernen, dann war's das, oder? I peed the Talisman of the Mask. Aber es muss ja nicht der einzigste gewesen sein. Okay, wirst du uns führen? Das Bild hat sich verändert. Also, ne. Das kann kein gutes Zeichen sein. Mal gucken, vielleicht haben wir Glück und wir kommen jetzt hier durch. Das ist halt wieder so wie im... War das hier? Ich glaub... Oder war's hier vorne? Warte mal, scheiße, ich bin falsch gelaufen. Ich bin falsch gelaufen. Das ist halt wieder so wie in ihrem Traum von früher oder an früher, ne? Aber ich brauch noch einen zweiten Talisman, kann das sein? Ich brauch, glaub ich, noch einen zweiten Talisman, dann war ich vielleicht gar nicht mal so falsch mit der Annahme in unserem Anfangsraum, dass da noch einer war. Oder? Oder konnte ich durch die Tür dann gehen? Oder hätte durch die Tür weitergehen müssen? Also, hier hab ich zumindest keinen gesehen. Ich kann ja nochmal hier reingehen. Ob war eigentlich, dass ich da einen übersehen hab? Okay. Das hab ich überhaupt nicht für voll genommen. Gut, das ist der zweite Talisman, damit sollte sich's erledigt haben, ne? Also, damit müssen wir durch die Tür kommen. Wow, ich dachte, der Dings kommt wieder. Warte. Oh nein, das ist... Nein, das ist doch... Warte, 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 mein Freund. Äh... Ach, scheiß, was drauf. Nein, das war die falsche, shit, warte, die muss raus, die muss rein. So, mein Freund. Wollen wir mal gucken. Das war knapp. Ich hätte noch warten sollen. Okay, hätte ich vielleicht auch nicht. Man sieht, es läuft damit spitze. Auch wenn er uns einmal gekriegt hat, aber das war ja so eine Sache, wo ich dachte, ah! Die dann doch ein bisschen überraschend kam. Die hatte ich soweit nicht mehr auf dem Schwimm gehabt. Äh... Warte, dass da was kommen könnte. Äh, warte, dadurch... So, zweite Siegel ist weg. Theoretisch sollten wir reinkommen, oder? Aber da ist noch ein drittes. Okay, weil ich hatte erst bloß zwei gesehen. Äh... Fug, warte mal. Vielleicht können wir hier doch nochmal durchgehen. Also... Was ich aber nochmal machen muss. Man hat ja gesehen, die Dings sind stark, ne? Aber nur für den Fall, dass wir einfache Shots nochmal machen müssen. Ich will's halt nicht verschwinden. Das meine ich. Das meine ich. Stimmt, hier bin ich auch gar nicht weitergelaufen. Ich bin ja gleich runter und dachte so, ey, it's the way to go, ne? Oder ich hab das hier einfach übersehen. Oder ist er vorher nicht da? Kannst du sagen, sind das wir? Ja, das sind wir im Garten. Warte mal, irgendwas... Irgendwas ist hier hinter. Hä? Ich würde sagen, ist aber kein Talisman. Das ist hier. Das ist hier. Ich würde sagen, das kannst du sagen. Also kann man bald sagen, dass die Utsuba wirklich sowas für Gefäß der Toten waren. Entschuldigung. Okay, da komme ich nicht durch. Daraus komme ich zu uns aber auch nicht, ne? Oder? Die Sache ist, okay, sie hat uns zum Familienalbum geführt. Oder zu den geheimen Aufzeichnungen. Okay, von der Seite kann ich auch nicht ran. So an beiden Seiten, ne? Okay, das ist doch bloß ein Schrank. Hier komme ich echt nicht durch. Äh. Sache ist jetzt bloß, wo ist die letzte Maske? Ich meine, im Flur habe ich noch eh eine weiße Maske gesehen. Das wird es aber, glaube ich, nicht sein. Oder geht es hier vielleicht noch irgendwo hin? Okay, anscheinend eher nicht. Ne, warte mal. Ne, hä? Jetzt komme ich... Ne, doch. Von da aus sind wir gekommen. Äh, ja gut. Irgendwas fehlt. Ja, aber reingucken, so wirklich willst du nicht. Äh. Kann ich die auch sehen? Die Puppe... Ah, okay, da unten zumindest ist die eine. Aber sie hat doch von zwei geredet. Schön, ja gut, dann haben wir... Schön, danke für den Hinweis, aber... Ach, die beiden Puppen, meinst du? Wo mir die eine aus dem zweiten... Zweiten oder dritten Teil sehr bekannt vorkommt. Ich komme hier aber nicht raus. Was mache ich denn? Oh, ich komme hier nicht mehr raus. Irgendwas übersehe ich. Das komische Familienalbum habe ich. Oh. Ja gut, ja gut, vielleicht geht es hier raus. Wo bin ich denn jetzt hier? Warte mal, wo bin ich denn jetzt hier? Ich meine, wir müssen auf jeden Fall nochmal zurück, aber... Mir kommt das so vor, als ob wir unseren Trommel, den wir damals hatten, mehr oder weniger rückwärts gehen. Muss nicht unbedingt stimmen. Ich würde sagen, habe ich irgendwo noch eine hässliche... Ah, okay. Ich weiß nicht, kann auch sein, dass wir die Puppe damals schon genommen haben. Ich bin ja erst relativ spät dahinter gekommen mit den Puppen. Piano Sound, okay. Na ja, dann mach auf. Nee. Okay. Ich dachte bloß. Ich hatte noch ein bisschen die Befürchtung gehabt, okay, nicht, dass wir wieder Piano spielen müssen. Das ist halt so ein... Mit dem... Dingern ein bisschen doof. Vielleicht muss ich doch Piano spielen. Bin mir nicht sicher. Ich gucke da gleich. Warte. Warte. Ich habe jetzt wieder mit den doofen Puppen angefangen, deswegen... Ich glaube, da oben ist noch einer. Nee, zählt aber nicht. Äh... Okay, Piano. Warte. Ich will ja nie mit der Steuerung machen. Use a pointer to play, ja. Oh, Gott. Alter, das kann dauern. Please play the piano, according to score, ja. Ich weiß. Oh, es ist... Na ja, toll. Oh. War ich zu langsam gewesen an einer Stelle, wo ich dachte so, ey, geil, doch gleich first try. Habe ich das jetzt zu schnell gemacht? Ja, ich weiß, das war jetzt viel zu leer. Warte mal, ich muss mal gucken, wie geht das Spiechen richtig, also wenn es blau ist? Ich muss mal, ich kann ja, wie geht das aus. Ja, das kann man, wenn es bei mir geht das. Ich kann ja, wie geht das jetzt. Ich kann ja, wie geht das. Und ich kann ja, wie geht das. Ich kann ja, wie geht das. Okay, ich hätte mir da am Anfang bloß ein bisschen mehr Zeit lassen sollen. This song I hate the four, ja.